Tötet Loi ich kam von hinten das weißt du oder? Du geht dann eine Laserstrahl durch die Wand durch Ich kam von hinten von seitlich hinten kannst du mal auf den Arm angucken also du kannst doch in Outer City kannst du doch Norman Niesen Ich schreib sie wie es ich hab vergessen Ja das stürzt aber immer ab Warum? Weil Outer City scheiße das ist genauso wie bei ok nein es ist nicht so schlimm wie bei Ich wollte dich gerade töten und dann kam so ein scheiß Mongo Ich weiß gar nicht was mit meinem Ton jetzt los ist Immer wenn du anfängst zu reden wird alles leise aber erst so nach 5 Sekunden nachdem du geredet hast und vorher ja ok ok Vorher ist alles andere immer lauter als du Ich bin jetzt gleich an meiner Ach fuck ich komm da nicht mehr hoch Ach übrigens wenn du jetzt an deiner Spawnrate Position bist siehst du grad Ach nein jetzt bin ich gestorben Ich bin grad nur gespawnt und wurde direkt von einem von euch getötet Ich von mir Ohne mich bewegt zu haben Ohne mich bewegt zu haben Und schon wieder Das waren keine 5 Sekunden Ja dann ist er schon mal weg Alter das ist sofort unfair von hier Camper 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 oh Camper Kommt jetzt auch noch mal einer Da war doch grad zum Laser Wie Ich dominier dich Vor allem sieht man dich nicht mal Ja weil ich bin übelst geduckt Ja du bist geduckt Ja ich hab mich geduckt Hey du schießt durch die Wand durch Nein Doch Gerade seh ich dich ja nicht Da bist du Ja siehst du Scheiße fickt dich doch Du hättest dich denn an der Position töten können Im Torstüterer getötet Ich weiß Hey wo liegt da deine Logik Bist du behindert? Ich stehe in meinem Garten Und hab einen Harten Ich weiß nicht wie es weiter geht Scheiße Hilfe 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 Oh scheiße Nein 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 Bam 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 Ich weiß nicht wie du einen Harten In deinem Garten hast Das ist ein Lied du Mongo Ich will es trotzdem nicht wissen Okay wir wechseln danach den Server Bitte Ich habe einen Harten in meinem Garten Nein ey so irgendwie das geht nicht so Das ist nämlich aus 3 Doodle Sack 3 Ähm von der Parodie aus Ähm Ja ich kann wählen aber ich werde es jetzt nicht machen weil wir sowieso den Server wechseln Ähm aus der Parodie von der Hobbit Bam Alter Dieser dieser Tim der tötet mich auch die ganze Zeit was ist das für ein Spasti Ein bisschen Lol Ich bin tot Alter mich hat ein anderer getötet Lol Alter warum gewinnt ihr jetzt Lol Ja weil ihr die Bombe nicht rein Gebekommen hat Ach ja stimmt weil ich die ganze Zeit Für jedes Mal wenn ihr die Bombe nicht reinbekommen kriegt Kriegen wir 10 Punkte Und für jedes Mal wenn ihr die Bombe reinbekommen kriegt ihr 50 Oder so Den wir angreifen oder was Ja blaues angreifer Ah Sag es doch Schältes doch irgendwo Ja Wo Am Anfang wenn du den Modus steunst Ah Das hat Fickt euch doch alle ey Jetzt kann ich nicht mehr machen Mh Ich bin nicht beleidigt Ok Ich bin nicht beleidigt Ich bin nicht beleidigt Tschüss What the fuck Jetzt süß Hallo Blaubeutritte Wir spielen jetzt eine weitere Runde Team Deathmatch Moment Team Deathmatch Auf so ner Behinderten Map Ähm Wir wollten eigentlich Zerstörungsmodus spielen Aber da ist mir eingefallen Das Zerstörungsmodus So ein behinderter Ähm Modus ist Der noch behinderter ist Als Was haben wir gerade gespielt Alter Aha Besetzung Der ist noch behinderter Weil Alter Boah Jetzt hat mich die Fledermost getötet Ne der Fledermann Der Fledermann hat Die Runde hat gerade erst angefangen Ja ich weiß Ähm Und der hat Batman falsch geschrieben Was für ein Loser Bartman Vielleicht will er ja auch nicht Batman sein Warte Sondern vielleicht will er Bartman sein Bartman Aber dann hat der Bartman auch falsch geschrieben Ja mit H Vielleicht ist das sein Name Heiß jemand Bart Ah verdammt ey Nein Alter Wieso heißt du denn X-Ultimated X Und nicht Batman Weil X-Ultimated X bedeutet dass ich geil bin Alter wir werden übelst gerapet Alter Lies mal bitte den Chat Also das was ich reingeschrieben habe How many lasers Nein Radu Ken Doch Äh nein wir werden doch gar nicht gerapet Nein Nein Alter verpisst euch Aus meinem Vorgarten Ich hasse dieses mit dem Sniper Fernrohr Dingser Laser nennt man sowas Dass man da angezeigt wird Laser nennt man sowas Ja Scheiße Der ist vor allem total unlogisch Warum Weil denn nur alles wenn man Äh reinguckt Nein nicht das Scheiße Weil der durch bei der Überwehr das würde bedeuten dass ja alles total verstaubt wäre Wenn was Alter wie die uns Alle snipen sind ne Achso Alle snipen sind Achso Ja aber dann ist der in ähm Blackrops auch total unlogisch Das ist ja genauso In Blackrops ist der aber auch nur für einen selber sichtbar Achso ja Ja Sonst ist es nur so ein Punkt NEIN Das wurde nämlich vom Bartman getötet Ich wurde schon Zweimal vom Bartman getötet glaube ich Alter warum bist du besser als ich Marksman in the field Okay Ja Ah ich habe einen Kopfschuss gemacht Juhu 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 Zehn vor sieben halb drei Ah Ich kann nicht rechnen Okay Ähm Hey was willst du rechnen Warte 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 Wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten aufgenommen bisher Alter Alter Wir haben Ganz Genau 24 Minuten aufgenommen Nein Doch Ich hätte 25 Minuten da stehen Äh als Wir aufgehört haben Und drei Minuten Gerade schön da Ey die Runde war eben aber immer 10 Minuten lang Hä Diese Besetzungsrunden waren noch 10 Minuten lang Wir haben zwei Runden davon gespielt Ja aber Das hat ja nicht angefangen als wir gerade Gespielt haben Hm Die erste Runde hat ja nicht angefangen als wir gerade angefangen haben zu spielen Doch Die lief ja schon ein bisschen Da war die 20 Sekunden dran Ach halt die Fresse Hier steht zumindest 25 Minuten Dafür kann ich jetzt auch nichts Sind wir blau oder grün? Wir sind blau Okay Wir sind blau Okay Ich will eine Granate haben Ich will die jetzt nur nach oben werfen Ähm Ich habe leider diesen Wir haben jetzt drei Parts und diese Tretminen habe ich Ich auch Äh drei Parts Das heißt wir bräuchten Also fehlen noch 10 Ja Was wiederum eine Stunde 40 Minuten werden Ja Richtig Okay Für die die nicht wissen Was für meinen Alter Woher bin ich jetzt getötet War Es ist so Bei 50 Parts Wechseln wir zum alten Ace of Spades Und dafür haben wir jetzt ausgerechnet Letzter Stand war es über 30 Also heute Gut dass wir immer so Ähm Heute der Part kommt Übermorgen Ne Übermorgen raus Oder noch später Dann kommt er in drei Tagen raus Also in den vier Ja siehst du Also morgen Das ist nicht heute Rende Wenn ich rende Richtig renne da Und morgen Ah fuck Ähm Anfange zu rennen und sofort hochzuladen Was ich wahrscheinlich auch machen werde Ähm Wir spielen später noch ein bisschen wenn ich gegessen habe Dann okay Mhm Ich bin ein bisschen Ah Fick dich doch irgendein Typ der da irgendein Typ ist Irgendein Typ der da irgendein Typ ist Der Song zu kaufen bei iTunes oder Backslash Nein zum Glück nicht Den wird sich keiner kaufen Alter doch Ah ich war so weit vorne Und jetzt bin ich tot Alter Ich hab Angst Ah meine Angst ist auch berechnet Ich bin tot Du bist tot Ja Weiß so so Ich stand hier in so einem Schützengeraden Dann bin ich so hochgegangen Hab gesagt ich hab Angst Und dann hab ich so einen Typen gesehen Der hat mich getötet Mit einem Raketenwerk Und dann dachte ich nur so Was für ein Arschloch Ich töte auch immer nur Ich töte keine Menschen Das ist gegen Nein du tötest nur virtuelle Spieler Ja Aber ich bin ein Mensch Und er hat mich getötet Jetzt bin ich tot Was ist das für Ui Rache Alter ich musste ihm zwei Headshots geben Ist der handgebuddelt? Handgebuddelt was? Ja ob den Typ gebuddelt hat oder Ich kann das aus D